Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Vorgiertechnik. Ja, heute bin ich schon mal wieder alleine. Malte schreiben morgen eine Prüfung, kann man so sagen. Und ja, da muss er halt lernen. Also sich halt darauf vorbereiten. Und nach dem Streaming, der ja nicht ganz gut verlaufen ist, mache ich mal jetzt hier ein neues Video. Im Stream hatte ich gesagt, oder man hat es gesehen, die Qualität war miserabel. Das lag einfach daran, dass mein Mainboard den totalen Fehler hatte. Zum einen war das der SATA-Controller, der hat gesponnen, der hat mir meine zwei Festplatten zerhauen. Komischerweise meine SSD hat noch funktioniert. USB-Controller hat auch nicht ganz funktioniert. Teilweise wurden USB-Sticks zerstört oder nicht mehr erkannt. Wenn man die dann versucht hat, auf anderen PCs zu benutzen, hat das nicht so ganz funktioniert. Also sie wurden nicht mehr erkannt. Was hatten wir noch für einen Fehler? Ja, anscheinend auch noch was mit PCI-Express, weil meine Grafikkarten haben nicht die volle Leistung gehabt. Oder allgemein der Rechner hatte nicht die volle Leistung. Die LAN-Karte hatte einen Fehler, dass die MAC-Adresse in der LAN-Karte selber nicht stimmen würde und irgendwie falsch zugewiesen wäre. Beim Startautomatik kommt dieser Fehler direkt schon und kann ihn überspringen. dann funktioniert es auch, aber das habe ich heute zurückgeschickt nach einem Jahr. Und habe mir dann einfach ein neues gekauft. Ich habe dann einen Zeitwert von denen gekauft und wie ihr seht, das läuft wieder super. Das regnet es hier. Ich weiß nicht, ob ich das ausmachen kann. Vielleicht toggle downfall. Ja, ja. Die Folgen sind auch noch an. Grafikeinstellungen. Aus. Ja. Genau. Wir haben jetzt leider nur 120 FPS, aber das reicht auch. Ja. Zum eigentlichen Video jetzt zu kommen ist, würde gerne Malte wieder Videos machen auf YouTube hier für euch. Nur leider fehlt uns irgendwie so der Stoff. Wir wissen, dass Megawogi, was euch auch sehr gefällt, was wir da so für Videos drüber machen. Und so. Das ist noch in Bau, seit sehr, sehr langer Zeit schon und wir kommen da einfach nicht wirklich voran. Aber jetzt darüber dann immer Videos zu machen, das bringt es ja auch nicht. Wir kommen ja so nicht in der Fülle voran, dass man da großartig Videos machen kann. Man kann da vielleicht mal so ein letztes Bild machen, aber dann war es das auch schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr wollt, dass wir jetzt hier das Mal so ein letztes Bild machen, bauen dann da, was eigentlich jetzt noch fehlt, ist die ganze Panzerung vom Wargier, bauen dann da, weiß ich nicht, in einem Video dann 20.000 Blöcke hin, das ja eigentlich für euch keinen richtigen Sinn hat, anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt, ob euch das gefällt. Deswegen wäre ich mal froh drüber, wenn ihr jetzt in den Kommentaren schreiben könntet hier, ja wir wollen das sehen, wir wollen das sehen, einfach mal so, ob ihr überhaupt noch was sehen wollt von uns. Es kann ja auch sein, dass ihr gar keine Videos mehr von uns sehen wollt, gibt es auch, wollen wir jetzt natürlich nicht hoffen. einfach mal so von euch erfahren, was hättet ihr gerne gesehen, abgesehen vom Megaburgier, das ist uns bekannt. Wir wissen, dass ihr darauf gespannt seid, wann es fertig ist und dass ihr da auch immer neue Infos haben wollt. Aber momentan heißt es echt nur Panzern, Panzern und das, da brauchen wir nicht wirklich ein Video vormachen. Ja, deswegen möchte ich das gerne von euch wissen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video dann am besten mit Malte mal wieder und ja, das war's von mir. Ciao!